Hallihallo! Ich hoffe, dass wir ein schönes Jahr 2009 hatten und wünsche Ihnen erstmal viel Spaß beim folgenden Film. In diesem Film handelt es sich um verschiedene Szenen zum Thema Busse und Straßenbahnen. Nun erstmal viel Spaß! Auf Wiedersehen! 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 Bis dann! Auf Wiedersehen! Bis dann! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war der letzte Schuss, die Bromstplätze. Die haben dann ganz so einen Druckpunkt. Wenn dann noch bestimmt die Geschwindigkeit oder wenn die waren, dann hätten die... Das wusste man jetzt ständig, ja. Da knetzt es schon ja ab. Braucht ihr von Höner bis Tierpark-Oke 18 Minuten oder? Ja sicher.